In diesem Video geht es um die besten Föhne. Der Qualitätssieger in unserem Föhntest geht an den Philips HP 8232. Die Leistung von 2200 Watt erzeugt einen starken Luftstrom. Durch die daraus resultierende Gebläseleistung können Sie Ihr Haar schneller und einfacher trocknen und stylen. Negativ geladene Ionen eliminieren statische Aufladung, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht für glänzendes Haar. Die Temperatureinstellung ist ein zusätzlicher Schutz vor Überhitzung mit einem starken aber niedrig temperiertem Luftstrom von 57 Grad. Das Haar wird schonend aber effektiv getrocknet. Die Kaltstufe ist eine Profi-Funktion und eignet sich besonders für das Stylen und Fixieren von feinem Haar. Am unteren Ende des Griffes befindet sich eine gummierte Ose, wodurch eine einfache und praktische Aufbewahrung des Haartrockners möglich ist. Dies ist vor allem zu Hause oder im Hotel von Vorteil. Die zusätzliche Länge des Kabels sorgt für mehr Flexibilität und eine bessere Benutzerfreundlichkeit. Den besten Preis findest Du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Remington AC 5911. Der Pro Air Compact Ionen Haartrockner mit AC-Motor ist mit einem leistungsstarken und langlebigen 2200 Watt AC-Motor für Ergebnisse wie beim Friseur, 130 km pro Stunde Luftstrom für ein schnelles Trocknen sowie drei Heiz- und zwei separaten Gebläsestufen und einer echten Kaltstufe zum Fixieren des Stylings ausgestattet. Der Ionen-Generator reduziert die statische Aufladung, lässt das Haar schneller trocknen und sorgt für unvergleichbaren Glanz. Für jedes Styling-Bedürfnis sind ein Diffusor und eine 7 sowie eine 11 mm Stylingdüse enthalten. Der abnehmbare, leicht zu reinigende Luftfilter und eine Aufhängeose sorgen außerdem für eine komfortable Handhabung und Reinigung. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Föhn-Test ist der Babyliss Cord Keeper. Leistungsstarker 2000 Watt Haartrockner für extra schnelle Trockenergebnisse. Mit einzigartiger Kabeleinzugsfunktion für noch platzsparend RS-Verstauen ohne Knoten. Drücke einfach den Knopf und das Kabel verschwindet im Gehäuse. Die Ionen-Technologie mit Anti-Frisseffekt sorgt für extra weiches Haar und ein glänzendes Ergebnis durch die Freisetzung von pflegenden Ionen. Beinhaltet einen Diffusor für natürliche Locken und eine Zentrierdüse für seidige Styling-Ergebnisse. Variable 3 Temperatur und 2 Geschwindigkeitsstufen sowie Kühllufttaste für Hitzeschutz dank maximaler Kontrolle. Kühlluftfunktion kühlt das Haar ab, um es auf das Styling vorzubereiten für einen langanhaltenden Effekt. Aufsteckbarer Diffusor zum Trocknen von Naturlocken und für einen extra Volumen-Boost. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.